Herzlich willkommen! In diesem Video zeigen wir, wie Sie mithilfe des InLogs KI-Assistenten automatisch eine Projektbeschreibung erzeugen. Legen wir los! Per Klick auf Projekte im linken Menü gelangen Sie zur Projektliste. Hier öffnen Sie entweder ein bestehendes Projekt oder legen per Klick auf den blauen Button ein neues Projekt an. In meinem Fall lege ich ein neues Projekt an und nenne es Umstieg CRM-System. Auf der Betreuungsseite des Projektes finden Sie das Freitextfeld Projektbeschreibung. Dieser Bereich bietet ausreichend Platz, um alle wesentlichen Projektinformationen zentral zu erfassen. Die Projektbeschreibung können Sie natürlich manuell ausfüllen oder sich jedoch Unterstützung vom InLogs KI-Assistent holen und eine automatisierte Beschreibung generieren. Klicken Sie dafür auf den Zauberstab und anschließend auf den blauen Button Projektbeschreibung generieren. Die KI schlägt nun basierend auf dem Projektnamen einen Text vor, welcher zum Projekt passen könnte. Wenn Sie zusätzlich einige Stichpunkte in das vorgesehene Feld eingeben, bekommen Sie eine genauere, auf Ihren spezifischen Anwendungsfall zugeschnittene Projektbeschreibung. Ich trage zum Beispiel ein, worum es im Projekt geht, welche Inhalte es umfasst und warum es realisiert wird. Anschließend wiederhole ich den Prozess und lasse mir erneut eine Beschreibung generieren. Wenn Ihnen der Vorschlag gefällt, können Sie Ihren eigenen Text durch den Text der KI entweder komplett ersetzen oder anhängen und somit ergänzen. Ich entscheide mich für das Ersetzen und habe nun eine ausführliche Projektbeschreibung. InLogs bietet noch mehr Funktionen, welche ebenfalls auf künstlicher Intelligenz basieren. Alle News finden Sie wie immer auf unserer Website. Bis zum nächsten Mal!